Wir kommen nicht raus hier, noch jetzt. Ich habe hier die Kante Zeit geschickt. Ich bin hier auf dem Boden, ich bin hier oben, ich bin hier oben, ich kann es da. Ein Ausdruck, da wollen Leute drauf. So, der Schmester ist da. Ja, aber der hat es von der Tat, glaube ich. Das ist ein Bundesschiff. 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 Das ist eine Bundesschiff. Wer nachher nicht mitmarschieren will, der kann sich hier aufhalten. Vielleicht gibt es aber zum Sitzen ohne Erhöhung. Wir kommen nicht mehr zurück. Da bin ich ja nicht. Oh, auf uns glaube ich sie langsam es schafft. Er ist fertig. Und im Laufe der Geschichte hat die ehemalige Familie immer etwas dazu gemacht. Man kann auch sagen, das ist eine ehemalige Verordnung. Also ein Verordnung für nicht der Kaiser, aber der Kaiser von der größten Dynastik. Die Kaiser, die haben so Geld dafür gekriegt und jedes Mal, wenn sie an dieser Verordnung etwas gemacht haben, haben sie auch so eine Stelle verliebt. So sehen wir an verschiedenen Stellen eine Tafel von 1846, von 1926, von 1710. Das ist eine Schildkröte, das ist Marmor und das ist eine Zuckerbesetzung aus weißem Marmor. Eine ewige Schildkröte, als Träger für dieses Kaffee. Im Jahre 1750 gemacht. Auf der anderen Seite der Schildkröte hat man eine Glocke gegossen. Also dabei anderen kommuniziert man, sie hat keinen시에 Ich aber glaube, dass man vielleicht da beiträgen kann. Alles so, wie es sein soll. Sie haben eine schnelle Hälfte dort. Sie haben eine schnelle Hälfte, bis die Schleunhosen wird. Sie können die Schleunze halten. Deshalb haben Sie hier die Schleunze. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020